Regie im Tod Hey, pass mal auf. Wenn du da runterfällst, bist du tot. Was will ich ja, du Arschloch! Hallo, Sie! Überlegen Sie sich das noch mal gut mit dem Runterspringen. Das Leben ist viel zu schön. Aber meine Frau hat mich mit einem Portugiesen bedrungen. Ist doch kein Weltuntergang. Hab ich auch schon gemacht. Und ich hasse meinen Job. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, könnte ich kotzen. Geht mir genauso. Mach Gott nicht. Und meine Arbeitskollegen sind alles asoziale Arschlöcher. Ich hasse sie. Bei mir genau das Gleiche. Ehrlich? Kein Wunder, wie der da zum Beispiel aussieht. Da könnte ich Ihnen geschichten erzählen. Vor kurzem ist er mit dem Dienstwagen nach Kroatien gefahren. Zwei Wochen lang mit Blaunicht aus Versehen, hat er gesagt. So ein Tröppel! Haben Sie heute Abend schon was vor? Na, ich hab Spätdienst heute Abend. Aber ich guck mal, ob ich tauschen kann. Fiedel! 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 Haast mich mehr! Fiedel! 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 Fiedel!